Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist der Durchfall ganz unterschiedlich ernst zu nehmen. Habe ich einen Hund einer sehr kleinen Rasse mit sehr geringem Körpergewicht, der entweder sehr jung ist oder auch sehr alt ist und wo auf Deutsch wenig da ist, ist das beachtenswerter, wenn ein Hund Durchfall, und zwar wirklich meine ich mäßigen, einen rinnenden Durchfall, den ich halten kann, der ist relativ bald beachtenswerter. Würde ich vielleicht nach einem Tag schon zum Tierarzt gehen. Habe ich einen Rotweiler mit 55 Kilo, der vor Kraft und Energie strotzt und ein bisschen am breiigen Stuhl hat, kann ich auch drei Tage mit Hausmitteln, die werden dann nachher erzählen, was ich für Hausmittel halte, auch noch zuwarten und erst nach zwei, drei, vier Tagen zum Tierarzt gehen. Allerdings, wenn das nicht aufhört, würde ich es schon behandeln oder untersuchen lassen, was es ist. Es gibt ja, das darf ich vielleicht kurz dahinschauen, verschiedene Möglichkeiten, mit dem Code zu untersuchen, makroskopisch, mikroskopisch. Man kann ihn bakteriell untersuchen, man kann ihn parasitologisch untersuchen, vielleicht sind Einzähler drinnen, letztendlich kann man sogar Viren suchen. Aber da würde ich ihn für Behandlungswert erhalten, wenn ein Hund, auch ein großer, kräftiger, drei, vier, fünf Tage einen nicht behandelten, wässrigen oder breiigen, wirklich rinnenden Durchfall hat, gehört das behandeln. Wenn der Stuhl einen Tag breiig ist oder die Konsistenz von Minuten oder zwei Tagen, würde ich mir gar nichts denken und zuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017